Jetzt gehören sie mir. Ohmgehend, nein, nein, echt jetzt? Alter, die will mich doch verarschen. Da hat sie sich einfach durch mich durchgeportet. Was für eine... Alter, Schwede, das ist doch nicht der Ernst. Ich hasse Katharina. Und das ist auch übelst krass, wenn ich mitgegen Katharina mit Ari spiele. Ich kann es vergessen, ey, das kriege ich nicht hin. Wahrscheinlich bin ich wirklich zu blöd einfach für sowas. So. Das ist jetzt mega doof gelaufen, aber wir geben nicht auf. Gerade im Let's Play freut ihr euch doch, wenn ich sterbe. Ich sitze am PC und so ein Noob lacht euch weg. Ähm, zumindest habe ich nicht, ob das von einigen Zuschauern gehört. Obrat-Cedizine. Erzähl mir ein Geheimnis. Ja. 3-3. Da stört Varos jetzt so. Er konnte sich befreien. Aber ich könnte ihm eventuell helfen. Oh, geh nicht zu lange Katharina ran. Oh, mein Gott, geh nicht so lange Katharina ran. Oh, das ist uncool. Sind zwei ja jetzt. Ah, da gehe ich lieber weg, weil der... Die machen uns bestimmt hundertprozentig blatt. Jetzt kommt er auf die Midlane geschossen mit. Ah, da ist noch einer. Das heißt, wir sind die dritte Runden. Der Varos, der müsste wahrscheinlich gleich sterben, wenn er sich nicht entfernt. Ich gebe ihm mein Lieber noch ein Zeichen. So. Lüpp. Jawohl, einer mal gekickt. Wohl, sind wir nicht gerade zu dritt gewesen? Hä, wo ist unser letzter Mann? Eins, zwei, drei. Wer fehlt da hinten? Ach, da hinten. Alles klar. Okay, ist Nidali gestorben? Nee, Nidali hat überlebt, gell? Weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe überlebt. Ich bin nicht. Charikan. Geben uns jetzt alle die mit. Der Varos ist immer noch auf der Top. Bot. Er lässt uns doch versucht, die mit zu ganken. Überaus kriegt er aufs Maul. Nee, noch nicht ganz. Aber fast. Oh, ich glaube, ich bleibe lieber hier. Und da habe ich wieder getroffen. Na, das funktioniert doch super gerade. Also super ist das andere aus, aber super wäre ein Kill. Man kann nicht alles von seinem Leben erwarten, ne? Seien wir. Oh, das geht nicht. Das ist... Oh. Ich bin da Richtung Nahran. Oh, hier hinten ist auch was los. Ich glaube, dass wir weggehen, weil das wird ja nichts mit so vielen Feinden. Moment. Wenn der jetzt auch noch kommt. Dann sind wir ja wieder zu dritt. Der Feind könnte aber auch zu fünft sein. Das ist... Das kann. Wenn Nidali jetzt noch kommt, dann ist alles okay. Das war zweimal gefailt. Wunderschön. Da ist einer. Schade. Da ist ja eventuell einer. Stell mich mal hier rein. Die sieht natürlich gar nichts, weil sie da kein Wort sind sitzt. Achso, die hat doch sehr... Wow, da bringt der echt viel. Er müsste eigentlich nur nachher noch rankommen, dann könnte ich ihn catchen. Jawoll, genau so. Yay. Und da ist der nächste Down. Wunderbärchen. Jetzt geht's los hier. Nein, uncool. ja das könnte ich jetzt da könnte ich jetzt noch nicht mehr wegrennen ich hatte auch kein habe auch kein links momentan drin normales habe ich stunden glas der achter kann ich auch mit dem stunden glas noch mal nicht zwei davon ja verkaufen so mein gott nein das kann man nicht sagen muss sagen ich finde es so mega sinnlos das mal ich habe schon mal ist immer alle gleich anfangs zu reporten und zu labern und so und sich da nicht mehr auf spiel konzentrieren und dann noch mehr fehler machen als zuvor schon das da ist aber das könnte ein ende sein das heißt natürlich ich komme ich habe knapp überlebt jetzt gehe ich mal lieber back bevor er seine oder noch sehr ruhige ich hoffe er haut seine und die nicht hier rein das wäre jetzt steht schon nicht genau neben mich hätte sich aber wenn der ziel die reingehörte wir beide durch gewesen sofort ich war hier was hole ich mir was hole ich mir sprach das rosa gürtel tier ich glaube so das könnte es ganz gut sein das ist ja nicht um so stürzt no it is a noob because we are all death by your fault oh no denn es geht ganz gut ab eigentlich aber wir sind immer noch wir sollten mal zusammen spielen hier in der mitte ja das ist ja alles wesentlich einfach oh zu dritt sehr schön sehr schön da habe ich meine grad noch so rechtzeitig bekommen ja komm ich kriegst du doch er hätte mal früher angegriffen ja jawohl er hat es doch geschafft er hatte glaube ich in flammen gesetzt ja nice 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 mein freund und ich kann mir aber dann zum start machen natürlich sofort und damit bin ich bei 300 ap nice 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 so möchte ich das sehen ja wie gesagt ich werde jetzt natürlich eine aufnahme marathon machen für alle die das jetzt mal so interessiert und daher wird höchstwahrscheinlich werden ich jetzt fünf sechs spiele hintereinander aufnehmen und dann geht es weiter zu minecraft das wird auf jeden fall ordentlich was zu tun sein aber ich habe sehr viel lust dazu und ich freue mich vielleicht mache ich die folge extra lange also einfach im grunde da ja momentan ist das problem ich meine ich kann nichts dafür dass er wirklich aber ich fühle mich irgendwie schuldig deswegen deswegen habe ich so und ist das wirst du weh I ignore you now this is a nice ansage in the team play I ignore you now wirklich immer gut sooo dann hauen wir mal hier zu hier ich liebe mich nein scheiße sie liebt mich nicht du liebst mich nicht du liebst mich nicht sooo dann flame bomb bitch wooo schakalaka und alles down ich probier mal ob man eh irgendwas rausholen kann daaaaf ich versuche mit meiner eh irgendwas da aus dem turm raus zu fangen beispielsweise ihn aber da jetzt alle gerade ein bisschen sehr weit weg gehen gehe ich mal lieber zurück so was ist jetzt hier gehen wir jetzt wieder dahin oder oh ich sehe es gerade dann gehen wir mal alle brav dahin oh mein Gott ob ist das nicht so Gibson ist aber nicht schlimm denn wir haben dafür fast alle gekillt glaube ich oder nein wow komm schon legt los erfolgt doch nicht jede nacht da läuft aber auch reingekillt sehr schön und nein renn nicht rein renn nicht rein Oh nein, wieso rennst du jedes Mal rein? Please play safe Ich weiß ja, er ist ein deutscher und ist auch mit mir bekannt, aber ich rede trotzdem englisch jetzt einfach in meinem Chat So, gleich hol ich mal das Stundenglas Wir sind ja an sich ganz gut vorgetrunken, das Problem an der Sache ist, dass wir jetzt irgendwie sterben sollten alle, dann ist es echt vorbei Report Card Affiliating, Horner, you're renecked Report Virus Flaming So Ähm 4, 5, 7 Oh Verwöhn mich Renekton ist ja nicht einmal gestorben, das ist natürlich mega nice Mega nice Ich weiß ja nicht, ob er gefeedet wurde Report Card Affiliating, weil sie fünfmal gestorben ist Euer Ernst? Ich meinst, wer eher maler, maler hat zwar feeding Frennt da nicht rein Frennt doch im Zimmels will ich immer aus dem Dunkel irgendetwas rein Yeah Okay weg hier, das sind zu viele Das geht gleich mega böse ab hier Da habe ich keine Lust hier noch zu stehen Erzähl mir ein Geheimnis Ich geh mal hier rein und hol mir mal ganz kurz den Oh, da ist er gar nicht mehr Na stopp Ich bin gleich wieder da Was? Nein, das wollte ich nicht Das war jetzt gar nicht geblattet, dass ich nur eine R auf den einen anwende, aber na gut, okay Ist jetzt auch egal Sooo Wo sind sie denn? Sind schon wieder nach vorne gerannt? Lüps Ich bringe mal die was allen mit Damit wir auch zum Form vorbringen können Aua, das ist ja weh Ich mach gleich den Heal, aber dazu renne ich erstmal meine Freunde rein Damit die auch zu tun werden OOh Ooh ooh, stirbt doch Okay gut, das war nichts Da bin ich jetzt dumm gestorben Aber ich kann jetzt ein Stück亲laden holen und kann denn die Sterb dann nicht mehr so dumm muss sein ich aktiviere es nicht kann ja aber dann sollte so eigentlich nur passiv erhöhe die fähigkeit um 30 prozent das ist krass theoretisch gesehen wenn du nur aber uns todeshauben hast dann hast du am ende effekt 120 120 120 360 720 und das dann jedes mal noch plus 30 prozess ist glaube ich das ist ja glaube ich nicht das wäre natürlich dann übelst was in jeder noch mal um 30 prozent erhöhen würde das wäre glaube ich die krasseste kombination er war da hättest du über 1500 wahrscheinlich drüber dann machst du die wollen mit alle ich mache auch du machst mich wollen die ich magte ich war Du machst mich maulig Merkt ihr das ist ein Schaden? Ah die rennen wir zu schnell weg Habe ich was gekillt? Ich glaube nicht Oh die haben aufgegeben LOL Ja das war's für diese Runde meine lieben Freunde Äh Ich muss ein bisschen üben mit Aria Aber ansonsten finde ich es ja echt ganz cool Das Jam vor allem was sie für ein Extrem Damage am Ende drückt Und auch am Anfang ist ihre WQ schon ziemlich gut Wenn ihr noch Tipps und Fragen an mich habt Immer in die Kommentare schreiben Wenn ihr neue Jamstipp wollt immer in die Kommentare schreiben Und mal schauen wenn ich in der nächsten Runde nehme Tschüss